Herzlich willkommen zum Vortrag über wie man PowerPoint-Folien oder generell Folienpräsentationen gestaltet und warum man überhaupt Folien braucht. Jeder kennt das, man hält einen Vortrag oder man muss einen Vortrag halten und bereitet sich vor. Und dazu gehört es auch Folien vorzubereiten, die man dann während der Präsentation zeigt. Und heute klären wir die Frage, warum braucht man Folien und wie gestaltet man sie? Ich habe hier mal Folien mitgebracht, die weniger gut gestaltet sind, offensichtlich. Aber man erlebt alles, wenn man mal Vorträge schaut, unmögliche Dinge wie Animationen, hier der Weihnachtsbaum, der ist animiert, die Schrift ist schlecht lesbar, überhaupt zu viel Text. Und ja, sowas behindert natürlich die Präsentation. Also wenn jemand einen solchen Foliensatz gestaltet hat und eine Präsentation hält, dann steht er schon mal schlecht da vor dem Auditorium, weil alle denken, meine Güte, was sind das für schlechte Folien? Und da hat das schon schwieriger zu überzeugen. Okay, Übersicht über den Vortrag. Zunächst mal geht es um die Funktionen von Folien. Wofür braucht man eigentlich Folien in einer Präsentation? Anschließend werde ich ein bisschen was über kognitionspsychologische Grundlagen erzählen. Also, mit Folien will ich ja Informationen vermitteln und auch durch das, was ich sage, will ich Informationen vermitteln. Das heißt, die Modelle zur menschlichen Informationsverarbeitung spielen eine Rolle, wenn man es überlegt, wie man denn einen Vortrag halten muss, derart, dass die Informationen auch an den Empfänger rüberkommen, so wie man das gerne hätte. Also kognitionspsychologische Grundlagen. Danach leiten wir ein paar Gestaltungsrichtlinien ab zur Gestaltung von Folien und anschließend dann noch ein paar Worte zur Strukturierung des Foliensatzes. So, aber zunächst mal Funktionen von Folien. Eine wichtige Funktion von Folien ist die Motivation. Wenn man einen Vortrag hält ohne bildliche Darstellungen, dann wirkt das oft sehr trocken und die Menschen, die da sitzen, müssen sich alles mental vorstellen über das, was da gerade erzählt wird. Und schöne Bilder oder schön gestaltete Folien, schöne Visualisierungen, die machen den einen oder anderen vielleicht bereiter, auch dem Vortrag zu folgen, einfach weil es etwas Schönes zu sehen gibt. Also, motivationale Aspekte dadurch, dass ich schöne Bilder gestalte und meinen Vortrag mit schönen Bildern unterlege. Eine andere Funktion von Folien ist die Förderung des Verständnisses. Hier sieht man auf dieser Folie einen Funktionsgrafen oder einen Grafen, der eine Entwicklung von Daten veranschaulicht. Hier zum Beispiel irgendwelche Umsatzdaten oder so. Angenommen, ich hätte die Folie nicht, dann müsste ich versuchen, dieses Diagramm verbal darzustellen, also in irgendeiner Weise zu beschreiben. Und jeder, der zuhört, müsste sich versuchen, das vorzustellen und ist natürlich relativ schwierig. Wenn ich das zeige, dann sieht es jeder und man kann dann anhand des Bildes den Verlauf des Umsatzes über verschiedene Jahre beschreiben. Eine weitere Funktion von Folien ist die Strukturierung des Vortrags. Hier sieht man das Beispiel der Übersicht, die ich gerade gezeigt habe. Also Folien können dabei helfen, dem Zuschauer und der Zuschauerin immer wieder deutlich zu machen, wo sind wir eigentlich gerade und wie viel kommt noch. Und das habe ich vorhin so deutlich gemacht, indem ich diese Übersicht gezeigt habe der Folien und dann durch Ausgrauen entsprechend gezeigt habe, was kommt denn als nächstes. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist eine Möglichkeit, dass man immer genau das hervorhebt, was man gerade zeigen will. Vielleicht noch ein Negativbeispiel. Funktionen sind nicht dazu gedacht, ein Stichpunktzettel für den Vortragenden zu sein. Das erlebt man häufiger, dass Vortragende alle möglichen Aspekte, die sie erzählen wollen, auf die Folien draufschreiben, um dann dort zu stehen und auf die Folien zu schauen und die ganze Zeit praktisch nur die Stichpunkte, die da stehen, in Sätze zu hüllen. Dafür sind Folien nicht gedacht. Also als Vortragender sollte man möglichst frei über sein Thema sprechen, allenfalls mit Stichpunktkärtchen, die man hat und von denen man dann sich die Stichpunkte holt, damit man nichts vergisst. Aber die Folien sind keine Erinnerungsstütze für den Vortragenden, sondern Folien sind zur Visualisierung des Gesagten da und der Vortragende muss selbst dafür sorgen, dass er sich an die Dinge erinnert, die er erzählen möchte. Okay, ihr seht jetzt hier, Übersicht ist jetzt klar, wo es weitergeht. Funktionen von Folien haben wir erledigt und jetzt kommen ein paar kognitionspsychologische Grundlagen. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, es geht darum, Informationen zu vermitteln, also insbesondere in Vorträgen, in denen es um die Informationsvermittlung geht. Und ja, man will ja sicherstellen, dass die Informationen auch beim Empfänger ankommen. Und wenn man von einem konstruktivistischen Lernverständnis ausgeht, dann geht man davon aus, dass man die Informationen nicht eins zu eins einpflanzen kann in die Köpfe derjenigen, die Zuschauern, sondern dass man eine Informationsumgebung darbieten muss, aus der sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ihr eigenes Wissen konstruieren und nach Möglichkeit das, was man vermitteln will, auch rekonstruieren. Und dementsprechend muss eine solche Umgebung auch lernförderlich gestaltet sein. Was man dazu kennen muss, ist das menschliche Gedächtnis. Und da gibt es unterschiedliche Gedächtnismodelle und ein ganz populäres Gedächtnismodell ist das von Atkinson und Schiffrin, das im Wesentlichen aus drei Aspekten besteht. Einmal gibt es ein sensorisches Gedächtnis, dann ein Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis, das heißt in dem Modell eigentlich Kurzzeitgedächtnis. Neuere Modelle nennen es Arbeitsgedächtnis und wir gehen da nachher darauf ein. Wir verwenden auch den Begriff Arbeitsgedächtnis weiterhin. Okay, wie genau ist die menschliche Informationsverarbeitung gestaltet? Wie läuft das ab nach diesem Modell? Ich als Mensch nehme, als Zuschauerin, Zuschauer oder generell immer und überall im Alltag, nehme Informationen über meine Sinneskanäle wahr, über die Augen, über die Ohren. Und diese Informationen werden zunächst mal in das sogenannte sensorische Gedächtnis geleitet. Das ist ein Ultra-Kurzzeitspeicher, in dem die Information nur ganz kurzfristig vorhanden ist. Und zwar im Wesentlichen, um das gesamte Informationsumfeld ganz kurzzeitig mental zur Verfügung zu stellen, damit man sich aus dieser Informationsumgebung die bestimmten Dinge aussuchen kann, auf die man seine Aufmerksamkeit richtet. Klar, die ganze Welt um uns herum, die kann ich beispielsweise mit meinen Augen nicht immer permanent vollständig wahrnehmen. Ich muss meine Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und der sensorische Speicher dient dazu, sozusagen als Ebene oder als Feld meine Aufmerksamkeit auszurichten. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich als Urzeitmensch gejagt habe, dann sitze ich da und beobachte den Mammut oder das Mammut beobachte ich die ganze Zeit ganz scharf. Und wenn dann aber aus der Seite ein Säbelzahntiger kommt, dann sollte ich den bemerken. Insofern sollte ich ja meine Aufmerksamkeit auf den richten. Und das ist möglich deswegen, weil der sozusagen in meinen sensorischen Kurzzeitspeicher hineinkommt. Oder ein anderes bekanntes Phänomen ist das Partyphänomen. Ich stehe auf einer Party und halte mich überall gemurmel. Ich kriege eigentlich nur das mit, was der Gegenüber zu mir sagt. Aber irgendwann höre ich meinen Namen Spannagel hinten im Hintergrund. Und jeder erkennt das sofort, ist die Aufmerksamkeit da. Man hat das irgendwie mitgekriegt, obwohl die Aufmerksamkeit gar nicht darauf gerichtet war. Okay, auch das ist Information, die im sensorischen Gedächtnis kurzzeitig zur Verfügung steht, damit man seine auditive Aufmerksamkeit dann entsprechend ausrichten kann. Okay, die Information, auf die man seine Aufmerksamkeit gerichtet hat, die wird übertragen in das Arbeitsgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis. Und landläufig denkt man, Kurzzeitgedächtnis ist was, das gilt so für mehrere Tage oder so. Nein, Kurzzeitgedächtnis ist ein Gedächtnis, das in diesem Modell nur Informationen für wenige Sekunden zur Verfügung stellt. Und alles das, was längerfristig gespeichert ist, das ist im Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis, das ist das Gedächtnis, das all unser Vorwissen, all unser Wissen enthält, so etwas wie, wie ich heiße, was ich heute Morgen gegessen habe, mein Weltwissen über was sind Tiere, was sind Pflanzen und so weiter. Und auch das, was ich letzte Woche für die Klausur gelernt habe, das habe ich nicht im Kurzzeitgedächtnis, sondern das habe ich in meinem Langzeitgedächtnis. Ich vergesse es nur vielleicht schnell wieder. Okay, also Langzeitgedächtnis ist mein ganzes gespeichertes Wissen. Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis ist nur dasjenige Wissen, das momentan bewusst in meinem Kopf ist. Also, ich nehme Informationen von außen wahr und die Aufmerksamkeit selektiert Informationen und überträgt sie ins Kurzzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis. Und dort ist jetzt bewusst. Und damit kann ich arbeiten. Also, das, was gerade gesagt wurde, das, was ich gerade gesehen habe, das ist dort und kann verarbeitet werden. Und dazu kann ich mir auch Informationen aus dem Langzeitgedächtnis hinzuholen. Also, wenn ich einen Hund sehe beispielsweise, dann sehe ich den Hund. Die Information, Bild von Hund wird in mein Kurzzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis übertragen. Und aus dem Langzeitgedächtnis hole ich mein ganzes Wissen über Hunde. Und das sagt mir beispielsweise, dass ich jetzt weglaufen sollte, weil er die Zähne fletscht. Okay. Knackpunkt an der ganzen Sache ist, das Arbeitsgedächtnis ist ein Flaschenhals. Da passt nicht so arg viel rein. Ich kann nicht beliebig viel bewusste Informationen verarbeiten. Ich kann nicht, ich kann nur ganz wenige Informationen, ich kann nur an ganz wenige Informationen in einem Moment denken und diese Informationen dann bewusst denkend verarbeiten. Und man sagt so sieben plus minus zwei Elemente. Neuere Theorien gehen von weniger sogar aus. Also, ich kann nicht so arg viel Informationen im Arbeitsgedächtnis verarbeiten. Insofern muss ich selektieren. Wenige Informationen aus dem sensorischen Gedächtnis übernehmen, wenige Informationen aus dem Langzeitgedächtnis verarbeiten und die verarbeitete Information, das neu konstruierte Wissen, dann ins Langzeitgedächtnis abspeichern. So, die Tatsache, dass das Arbeitsgedächtnis so kapazitätsbeschränkt ist, hat dazu geführt, dass sich mehrere Menschen mit dieser Kapazitätsbeschränkung befasst haben. Unter anderem Chandler und Zweller und andere und haben einen ganzen Forschungszweig gegründet, der sich Cognitive Load Theory nennt. Also Theorie der kognitiven Last, könnte man sagen. Weil es natürlich ganz essentiell ist, wenn man hier einen Flaschenhals hat im Arbeitsgedächtnis, dann ist es ganz wichtig, diesen Flaschenhals nicht zu überfordern oder nicht zu viel reinzustopfen beispielsweise. Oder zu sehen, dass eine Kapazitätsbeschränkung ganz relevant ist für die menschliche Informationsverarbeitung. Ja, und in der Cognitive Load Theory gibt es drei Arten der Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Nämlich einmal gibt es den sogenannten Intrinsic Cognitive Load, den intrinsischen Cognitive Load, der hervorgeht aus dem Inhalt, aus der Inhaltskomplexität. Wenn die Inhaltskomplexität mal feststeht, dann kann man eigentlich da gar nicht viel dran ändern, sondern es ist höchstens so, dass für ein Experte ein Inhalt weniger komplex ist als für ein Anfänger. Das heißt, es ist ein bisschen von der Expertise, abhängig von dem, der zuguckt. Aber im Wesentlichen ist der Intrinsic Cognitive Load gesetzt, wenn man von einem bestimmten Zuhörer ausgeht und von einem bestimmten Inhalt. So, dann gibt es den sogenannten Extraneous Cognitive Load. Das ist die kognitive Last, die auf der Präsentation beruht, auf der Gestaltung der Präsentation. Und das ist jetzt das Entscheidende für Folienpräsentationen beispielsweise. Wenn Folien schlecht gestaltet sind, dann muss ich ganz viel kognitive Mühe aufwenden zur Entzifferung der Folien, zum Lesen der Folien, zum Verstehen des Bildes, zum Entschlüsseln dessen, was schlecht dargestellt ist. Und damit habe ich weniger kognitive Kapazität frei für das Verständnis des Inhalts. Also wenn ich viel Arbeitsgedächtniskapazität aufwenden muss für die Verarbeitung der Präsentation oder der Darstellung, habe ich weniger Platz für den Germain Cognitive Load, das ist der Load, der verwendet wird fürs Lernen. Also für das Verständnis und das Verstehen der Lerninhalte. Das Ganze nochmal visualisiert. Also Intrinsic Load steht fest, sagen wir mal, bei Experten, bei bestimmten Vorwissen von Lernenden und bei bestimmten Inhalten. Wenn der Extraneous Cognitive Load niedrig ist, also wenn die Folien beispielsweise gut gestaltet sind, wenn ich nicht Arbeitsgedächtniskapazität aufwenden muss für das Entschlüsseln und Entziffern und die Verarbeitung der Darstellung, bei gut gestalteten, habe ich ganz viel Platz fürs Verstehen. Wenn der Intrinsic Cognitive Load aber feststeht und mein Extraneous Load hoch ist, durch eine schlechte Gestaltung, beispielsweise durch zu kleine Schrift, ich kann es nicht lesen, ich muss mich darauf konzentrieren und während ich darauf konzentriert bin zu lesen, dann kriege ich schon gar nicht mit, was gesagt wird oder so. Das heißt, der Germain Load hat nicht mehr genug Platz und ich verstehe es nicht. Also, die Cognitive Load Theory sagt, möglichst wenig Arbeitsgedächtniskapazität verschwenden für die Entschlüsselung schlechter Darstellungen, lieber gut darstellen und damit bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Platz schaffen im Arbeitsgedächtnis für die Verarbeitung und für das Verständnis der Lerninhalte. Noch eine genauere Aufschlüsselung des Modells, insbesondere des Arbeitsgedächtnisses, geht nach Sinneskanälen. Ich habe eben ja schon gerade gesagt, im Wesentlichen geht es um die Augen und die Ohren. Das, was über die Augen reinkommt, ist in einem sogenannten ikonischen Speicher erst einmal zwischengeschaltet, also in diesem sensorischen Gedächtnis, ikonischer Speicher. Das, was über die Ohren reinkommt, im echoischen Speicher, also das Partygespräch wird im echoischen Speicher kurzzeitig gehalten. Da höre ich meinen Namen, im ikonischen Speicher sehe ich den Säbelzahntiger reinlaufen. Die Information wird dann, also die Information, auf die der Aufmerksamkeit gerichtet wurde, wird ins Arbeitsgedächtnis übertragen und dort gibt es dann auf der einen Seite eine interne Repräsentation im Arbeitsgedächtnis, die sich um auditives Material kümmert, die phonologische Schleife. Dort wird das Gehörte verarbeitet und es gibt einen visuellen Part, den räumlich visuellen Notizblock. So, um das mal zu verdeutlichen, Arbeitsgedächtnis ist die Information, die ich bewusst verarbeite. Wenn mir jemand seine Telefonnummer sagt und ich habe gerade nichts zum Schreiben da, ich muss mir etwas aufschreiben und ich habe gerade nichts da, was macht man dann? Man wiederholt sich das immer wieder selbst, was man gerade aufschreiben will. Also jemand sagt irgendeine Telefonnummer und ich wiederhole die Ziffern permanent im Kopf, ich halte sie mir bewusst, bis ich sie aufschreibe. Wenn ich es nicht mache, vergesse ich es. Und dieses bewusst im Kopf halten ist die phonologische Schleife im Arbeitsgedächtnis. Ich wiederhole immer wieder die auditive Information, bis ich sie zum Beispiel aufschreiben kann. Der räumlich visuelle Notizblock im Arbeitsgedächtnis ist die visuelle, bewusste Verarbeitung visueller Reize. Das kann man sich so vorstellen, wenn sich jeder jetzt mal gerade ein Dreieck vorstellt, ein rechtwinkliges Dreieck und dann, oder ist egal ob rechtwinklig oder nicht, einfach ein Dreieck vorstellen. Und jetzt nimmt man mal so einen Punkt, so eine Ecke von dem Dreieck und bewegt die Ecke irgendwie. Was passiert da? Da kann man sich so ein Bild von einem Dreieck vorstellen und auch im Kopf darauf operieren, mental, visuell. Und das passiert im räumlich visuellen Notizblock. Das Ganze wird durch die zentrale Exekutive gesteuert. Also das ist ein Element, das beide miteinander verbindet. Also auditive und visuelle Informationen in meinem Arbeitsgedächtnis, die können miteinander gekoppelt und kombiniert werden. Und das leistet die zentrale Exekutive, die schließlich auch dafür sorgt, dass die Informationen aus dem Langzeitgedächtnis geholt oder dahin übertragen wird. So, das Ganze noch nach dem Modell nach Meier nochmal kurz erläutert und dann gehen wir jetzt über zur Folienpräsentation. Bei Meier ist es so, Meier ist jemand, der die Cognitive Flow Theory einbezieht unter vielen anderen Theorien auch und eine Theorie des Multimedia-Lernens geschaffen hat. Und die ist ganz besonders relevant für das Lernen mit Folien. Man hat eine Multimedia-Präsentation und eine Folie oder ein Folienvortrag ist auch eine Multimedia-Präsentation, wenn man so will. Es spielen Bilder eine Rolle und es spielen Töne oder auditives Material eine Rolle. So, das heißt, ich habe Bilder und Wörter. Er entscheidet jetzt Bilder und Wörter, wobei Wörter natürlich auch in geschriebener Form vorliegen können. Deswegen können Wörter einerseits über die Ohren aufgenommen werden, also gesprochenes Wort geht über die Ohren in unser Verarbeitungssystem, während geschriebene Wörter erstmal über die Augen in unser Verarbeitungssystem gehen. Bilder gehen sofort über die Augen, Bilder können nicht über die Ohren aufgenommen werden. So, das geht ins sensorische Gedächtnis, um dann anschließend, wie gesagt, ins Arbeitsgedächtnis übernommen zu werden, das worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Und wir haben also sozusagen aus den Ohren auditives Material, Sounds oder Töne im Kopf, im Arbeitsgedächtnis und die Bilder liegen in Form von Bildern vor. Und dazwischen kann noch gewechselt werden. Also wenn ich beispielsweise einen Text lese, dann gehen die Wörter, die geschriebenen Wörter über die Augen in mein Informationsverarbeitungssystem, liegen erstmal visuell vor, werden aber dann später vielleicht in ein auditives Format übertragen, dadurch, dass ich mir innerlich das Ganze vorlese laut. Ja, und dann schließlich, wie gesagt, räumlich-visueller Notizblock bzw. phonologische Schleife werden hinten dann verbunden und mit dem Vorwissen im Langzeitgedächtnis verknüpft. So, dieses Modell werden wir jetzt weiter verwenden, um zu verstehen, wozu braucht man eigentlich Folien. Warum braucht man eigentlich Folien? Angenommen, wir haben keine Folien, also ich würde jetzt hier reden und einfach nur reden. Das einzige Informationsmaterial, was ich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern anbieten würde, wären damit gesprochene Worte, die auditiv aufgenommen werden über die Ohren und über den rot gekennzeichneten Kanal hier oben. Jetzt ist es so, das ist nur einer der beiden Kanäle. Das heißt, man nutzt überhaupt nicht die Tatsache, dass zwei Kanäle vorliegen und auch parallel genutzt werden können, um hinten dann insbesondere bei der Verknüpfung beider Kanäle eine reichhaltigere Informationsverarbeitung zu bieten, dadurch, dass auditives und visuelles Material gleichzeitig miteinander verarbeitet werden kann. Wenn man den blauen Kanal mitnutzt, dann wird auch dieser Kanal zusätzlich zu dem auditiven Kanal genutzt, also visuelle und auditive Informationen, die hinten in der zentralen Exekutive miteinander verknüpft werden können und dementsprechend zu einem besseren Verständnis führen. Beispiel vorhin das Diagramm. Wenn ich das Diagramm nicht gezeigt hätte und einfach darüber erzählt hätte, dann hätte man nur den auditiven Kanal genutzt, nur den Wortsprachkanal und dann wäre es schwer gewesen, sich das vorzustellen. Dann hätte man sich selbst dieses Bild im Kopf erzeugen müssen, aus dem, was über den Graph erzählt wird. Und das ist relativ schwer. Wenn man den zeigt, wird auch gleichzeitig der visuelle Kanal mitgenutzt und beides kann miteinander verknüpft werden. Deswegen gibt es die Multimedia-Regel oder eine der Regeln, die Mayer erfunden hat, ist das Multimedia-Prinzip, das besagt, Bild plus Text ist besser als nur Text. In vielen Fällen. Man kann auch vielleicht Fälle finden, in denen das nicht der Fall ist, aber in der Regel, wenn es um solches Verständnis von Informationen geht. Und damit sind wir auch bei der Gestaltung von Folien. Welche anderen Regeln lassen sich jetzt aus diesem Informationsverarbeitungsmodell ableiten zur Gestaltung von Folien? Wenn man Folien gestaltet, auf denen viel Text steht, dann hat man in der Regel das Problem, dass man als Zuhörer entscheiden muss, ob man das liest, was auf der Folie steht oder ob man zuhört. Diese Folie, die ich jetzt gerade zeige, ist natürlich absichtlich genauso gestaltet, um zu demonstrieren, dass das ein Problem ist. Also ihr müsstet jetzt wahrscheinlich entweder euch entscheiden zu lesen oder zuzuhören. Beides gleichzeitig geht nicht. Das kann man auch wunderbar mit dem Informationsverarbeitungsmodell erklären. Auf der einen Seite gibt es die Worte, die gesprochen werden. Die kommen von mir. Ich spreche Worte und die gehen über den auditiven Kanal, der hier rot gekennzeichnet ist. Wenn ich gleichzeitig noch geschriebenes Wort präsentiere, dann passiert das Folgende. Der blau gekennzeichnete Kanal wird dann aktiv. Das heißt, das geschriebene Wort wird über die Augen wahrgenommen und dann im Arbeitsgedächtnis in ein phonologisches Format übertragen. Das heißt, ich habe dann oben, das ist jetzt die doppelten Pfeile, rot und blau zwischen Sounds und Verbal Model. Diese behindern sich gegenseitig. Ich kann nicht zwei unterschiedliche Sprachkanäle, einen geschriebenen, einen gesprochenen gleichzeitig bedienen. Das heißt, das blockiert sich gegenseitig an der Stelle und ich kann nur eins von beiden verarbeiten. Das hat mehr als Redundanzprinzip, was eigentlich nicht Redundanzprinzip heißen sollte. In diesem Fall ist nämlich Redundanz nicht gut, sondern er sagt, redundante Informationen weglassen. Also wenn ich Informationen gleichzeitig präsentiere, dann sollte ich redundante Informationen streichen. Später mal was zu wiederholen, ist nicht schlecht. Diese Redundanz im Sinne von Wiederholung ist gut, aber gleichzeitige Informationspräsentationen redundant sollte man weglassen. Stattdessen sollte man die Information visuell anbieten. Ja, das haben wir gesagt. Und aber, jetzt auch das Entscheidende, man könnte auch sagen, dann lasse ich einen auditiven Kanal weg, dann spreche ich nichts dazu. Wenn ich jetzt aber nur Bilder und Text präsentiere, dann muss ich auch mit meiner Aufmerksamkeit hin und her wechseln zwischen Bildern und Text. Wenn ich jetzt ein Bild sehe und geschriebenen Text, dann muss ich mit meiner visuellen Aufmerksamkeit immer zwischen Bild und Text hin und her gehen. Das ist bekannt als Split Attention Effekt, die geteilte Aufmerksamkeit. Das ist auch schlecht. Das heißt, eigentlich ist es gut, wenn man bildhafte Informationen zeigt und sprachliche Informationen auditiv aufnimmt, also gesprochenes Wort plus Bild. Das besagt das Modalitätsprinzip, Text zu Bildern sprechen. Und genau das ist die Grundlage für eine gute Folienpräsentation. Bildhafte Informationen zeigen, Text sprechen. Ich habe das Ganze nochmal hier verdeutlicht an einem Beispiel zur afrikanischen Wüstenrennschnecke. Wenn ich jetzt hier eine Information präsentiere zur afrikanischen Wüstenrennschnecke, dass das schwer war, die zu entdecken, weil sie so verdammt schnell ist und so weiter. Wenn ich da jetzt so spreche, dann hat man wieder das Problem, dass man nicht lesen kann und gleichzeitig zuhören. Wenn ich aber ein Bild der afrikanischen Wüstenrennschnecke zeige, wie hier, dann macht es schon Spaß, vielleicht auch erst zuzuhören. Und zweitens kann man sich auf das gesprochene Wort konzentrieren und gleichzeitig ein schönes Bild einer Schnecke anschauen, über das man spricht. Und ich kann vielleicht auch gleichzeitig an dem Bild erklären, körperliche Eigenschaften der Wüstenrennschnecke, warum sie so schnell ist und was sie gerade frisst oder so. Also das Bild einerseits motiviert, andererseits ist es auch notwendig, diese Informationen visuell zu präsentieren. Ansonsten müsste ich die Schnecke beschreiben, das wäre schwierig. Und gleichzeitig gesprochenes Wort dazu, das eben Informationen über die Schnecke liefert. Okay, bildhafte Gestaltung von Folien. Welche Bilder kann man nehmen? Also wir haben einmal gesehen Fotos. Fotos sind gut, ja. Und dann nicht groß Text auf die Folie packen, einfach das Foto zeigen und über das Foto sprechen. Andere Möglichkeiten, das was wir vorhin auch gesehen haben, sind Diagramme zu verwenden. Beispielsweise Diagramme dieser Form, in denen man etwas skizziert, eine Struktur skizziert und über die Struktur spricht. Oft macht man den Fehler, dass man die Struktur beschreibt in so Bullet Points, also in so einzelnen Stichpunkten. Die Struktur zeigen, visuell räumlich versuchen, ein gutes Bild zu machen und über das Bild sprechen. Das ist entscheidend. Da kann man sich ruhig auch zehn Minuten mal mit so einem Bild befassen. Man muss ja nicht einen Folienwechsel so schnell vornehmen, sondern man hat einen längeren Zeitraum, spricht über das Bild und dann zeigt man das nächste Bild. Oder man macht eine visuelle Darstellung von Diagrammen beispielsweise in dieser Form, Graphen, Funktionsgraphen, Diagramme. Manchmal ist man geneigt, Tabellen zu zeigen. Wenn man eine Tabelle zeigen möchte, dann kann man sich gleichzeitig überlegen, ob man das Ganze nicht auch noch visueller machen kann, indem man ein Säulendiagramm, ein Kreisdiagramm zeigt oder Ähnliches. Wenn man Diagramme zeigt, dann sollte man sich ausreichend Zeit dafür nehmen. Also nicht einfach von Diagramm zu Diagramm hüpfen. Sondern in Ruhe beschreiben, was das Diagramm zeigt und wie man es entschlüsseln muss. Denn Diagramme muss man interpretieren können. Und wenn man einen Folienvortrag erstellt, dann kennt man das Diagramm. Aber jemand, der da sitzt, der sieht es zum ersten Mal. Also dem muss man ein bisschen Zeit geben. Das heißt, man beschreibt das Diagramm und insbesondere die Achsenbeschriftung nicht vergessen. Also hier unten die x-Achse. Also wenn ich jetzt dieses Diagramm präsentieren wollte, würde ich es folgendermaßen machen. Die x-Achse hier unten zeigt die Jahre vom Jahr 2000 bis 2012. Auf der y-Achse ist der Umsatz angegeben in 1000 Euro. Und jetzt sehen Sie hier den Verlauf des Umsatzes über die Jahre hinweg. Und dann kann man das Diagramm weiter beschreiben. Aber schon mal kurz darauf eingehen, wie das Diagramm denn zustande gekommen ist und was es zeigt. Nochmal zu den einzelnen Stichpunktlisten. Natürlich kann man die nicht vermeiden und soll die auch nicht vermeiden. Und oft ist es angebracht und manchmal kann man etwas nicht visuell zeigen. Also kann man auch diese verwenden. Aber bitte sparsam. Und zwar nach folgenden Regeln. Nicht zu viel Text. Also Stichpunkte, keine ganzen Sätze. Sätze spricht man. Stichpunkte kann man vielleicht gerade noch wahrnehmen. Während das gesprochene Wort kommt, habe ich ganze Sätze, bin ich schon wieder in der Redundanzfalle drin. Dann Animation bitte nicht eindröseln, nicht einfliegen, nicht umgedreht irgendwelche Drehungen machen lassen usw. sondern einfach erscheinen. Denn wir haben vorhin etwas über das Arbeitsgedächtnis gelernt und über die verschiedenen Arten Cognitive Load. Wenn ich etwas einfliegen lasse und eindröseln lasse, dann sitzen die Zuschauer da und denken, ah, es fliegt ein, ah, es dröselt ein. Und dieses ist schon wieder Extranuous Cognitive Load, und der Platz wegnimmt für das Verstehen des Inhalts. Es ist nicht notwendig, dass sich die Zuschauer darüber Gedanken machen, ob sie das Eindröseln jetzt gut finden oder nicht. Weglassen, dann ist der Cognitive Load, dann ist Arbeitsgedächtenskapazität frei für das Verständnis des Inhalts. Ja, und Sparsamkeit, habe ich schon gesagt, nicht so viele Punkte auf eine Folie, sondern schön übersichtlich. Und oft ist es auch so, man muss die gar nicht erscheinen lassen. Wenn man einfach die Folie, die man zeigen will, drei, vier Folien einfach zeigt, dann reicht es auch aus. Drei, vier Stichpunkte auf einer Folie. So, dann noch was zu Schriftart und Schriftgröße. Sollte gut lesbar sein. Ach so, genau. Gut lesbar ist die Schrift in serifenloser Schrift und nicht in Serifenschrift. Was ist das? Serifenlose Schrift hat nicht diese kleinen Häkchen am Rande. Schrift mit Serifen hat diese kleinen Häkchen. Wenn man hier guckt, Times New Roman ist eine typische Serifenschrift, die man eher für gedruckten Text nimmt, während man für Folien eher eine serifenlose Schrift nimmt, beispielsweise Areal. Auch die Größe soll einigermaßen gut lesbar sein. 24 Punkte super. 20 Punkte geht auch gerade noch so. Kleiner soll es nicht sein. Ja, warum nicht? Naja, wenn ich kleine Schrift habe, dann steigert das den Extranus Cognitive Load. Die Zuschauer müssen versuchen, das zu entziffern, sind konzentriert, verstehen vielleicht, oder können wir es nicht lesen. Und all das sind minimale Ablenkungen, die dazu führen, dass der Extranus Cognitive Load zu hoch wird und der Germain Cognitive Load keinen Platz mehr hat. Ja, genau. Okay, jetzt noch am Schluss etwas zur Strukturierung des Foliensatzes. Wie strukturiert man einen Vortrag und wie geht das Hand in Hand mit der Strukturierung des Foliensatzes? Also, am Anfang braucht man zunächst mal eine Titelfolie. Das wird oft schon vergessen, das darf natürlich nicht sein. Also eine Titelfolie, in der draufsteht, worum geht es in dem Vortrag. Der Titel, der Vortragende, der Name des Vortragenden, vielleicht noch Kontaktdaten, die sollten auf der ersten Folie stehen. Insbesondere deswegen, wenn man einen Vortrag hält vor einem Publikum, das auch erstmal kommt und sich hinsetzt und so, dann können die sich hinsetzen, sehen, sie sind im richtigen Raum und müssen nicht in einen anderen Raum gehen und sie sehen auch gleich, worum es geht und wer da präsentieren wird. Dann würde ich empfehlen, nicht gleich eine Übersichtsfolie zu bringen. Das ist langweilig und tröge. Man zeigt den Titel und sagt dann, ja, heute geht es um das und dann das und das und das sind die Punkte. Nein, erstmal versuchen, die Zuschauer zu fangen, zu motivieren, dabei zu sein. Und das macht man ganz gut mit einer Motivationsfolie. Vorhin habe ich probiert, erstmal eine schlechte Folie zu zeigen, um zu sagen, hier, guckt mal Leute, so nicht. Wir lernen heute, wie man es richtig macht und das wäre so eine Motivationsfolie. Dann anschließend kann man die Übersicht bringen, so wie ich es gemacht habe und dann kommen die Inhalte und jeweils immer wieder Übersichtsfolien zwischendrin, damit die Leute sehen, wo sind wir denn gerade, auch entsprechend gekennzeichnet, vielleicht so wie ich es gerade gemacht habe. Am Schluss darf eine Zusammenfassungsfolie nicht fehlen, dass man nochmal kurz das Wesentliche sagt und zur Diskussion überleitet, weil es oft nach Vorträgen auch Diskussionen gibt. Ja, und am Schluss darf eine vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeitsfolie nicht fehlen, auf der man idealerweise nochmal einen Link angibt, unter dem man die Folien findet oder eine Website oder eine Kontaktadresse, weil man in der Regel nach dem Vortrag nochmal in den ersten fünf bis zehn Minuten diskutiert und das dann die ganze Zeit gezeigt wird und die Leute sich dann die entsprechenden Kontaktdaten aufschreiben können. Empfehlenswert ist auch, wenn man ganz viele Folien hat und die nicht alle zeigen will, dass man die nicht löscht aus der Präsentation, sondern ausblendet. Das heißt, sie werden während des Vortrags nicht gezeigt, aber am Ende der Diskussion kann man nochmal aus dem ganzen Folien Vorrat schöpfen und wenn die Diskussion auf einen Punkt kommt, der nicht gezeigt wurde, man hat aber eine Folie schon irgendwann vorbereitet, dann kann man die einfach zeigen und in der Diskussion darüber reden. Also möglichst viele Folien dabei haben, die viele Dinge zeigen, aber nur wenige davon zeigen und dann vorbereitet sein für die Diskussion. Es gibt so eine Daumenregel, man sagt circa die Dauer des Vortrags in Minuten durch drei. So viele Folien sollte man haben. Also wenn man circa 20 Minuten Vortrag hat, dann durch drei, sieben, acht Folien, sagen wir mal zehn Folien vielleicht mit Titelfolie und Abschlussfolie noch. Das sollte reichen. Zwei Minuten pro Folie ist schon relativ frisch. Insbesondere wenn man dann Bilder beschreibt oder länger über Strukturen und Bilder redet, dann dauert das in der Regel länger als zwei Minuten. Okay, Zusammenfassung des Vortrags. Also, wesentliches Vortrag liefert bildhafte Informationen aufgrund des Arbeitsgedächtnisses und der Situation im Arbeitsgedächtnis mit den unterschiedlichen Modalitätskanälen. Dann die kognitive Belastung im Auge behalten. Nach Möglichkeit die Folien derart gestalten, dass sie keine große Last erzeugen für die Entzifferung oder für die Entzifferung des Dargestellten, sondern dass man möglichst viel Cognitive Load frei hat für das Verständnis des Inhalts. Sparsamkeit mit Effekten. Effekte lenken ab. Dann hat man wieder keinen Platz für das Verständnis. Und Sparsamkeit mit Folien. Nicht zu viele Folien, sondern in einem ausgewogenen Maß Folien vorbereiten und dann länger über einzelne Folien sprechen. Und den Raum hat man ja dann, wenn man Bilder zeigt und das gesprochene Wort oder das Wort auf die Sprache verlegt. Ja, und jetzt das ist meine Abschlussfolie. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier sind noch meine Kontaktdaten. Und ja, wenn es Fragen gibt, einfach eine Mail schreiben, würde ich sagen. Gut.